Endlich ist es wieder soweit. Herzklopfen kostenlos, Deutschlands älteste Talente-Show, geht in eine neue Runde. Nachdem wir im letzten Jahr in Pösneck 65 Jahre Herzklopfen kostenlos gefeiert haben mit einer großen und vollgenannten Jubiläums-Show, gibt es in diesem Jahr wieder die Möglichkeit für junge und jung gebliebene Talente, sich zu bewerben. Und zwar in zwei Kategorien. Einmal Gesang und Instrumentales. Dabei ist es völlig egal, in welchem Genre die Musik ist. Ob Rock, ob Pop, ob Schlager, ob Volksmusik, ob Klassik. Alles ist auf dieser Bühne willkommen und gern gesehen. Oder in der Kategorie Artistik, Humor, Tanz und Zauberei. Jetzt kann man sich bewerben. Der Einsendeschluss ist der 30. Juni 2024. Und die Bewerbungsunterlagen gibt es unter www.herzklopfen-kostenlos.de Ihr oder sie traut euch und meldet euch an. Zeigt, was ihr könnt. Dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, all das auch auf der Bühne live in Pösneck vor einem großen Publikum auf dem Marktplatz zu präsentieren. Die Talente-Show findet statt am 7. September 2024 auf dem Marktplatz in Pösneck. Und natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Denn die Erstplatzierten der jeweiligen Kategorien von Platz 1 bis Platz 3 bekommen attraktive Preise finanzieller Art. Und der Erstplatzierte jeder Kategorie bekommt auch noch den renommierten und sehr beliebten Bundestalente-Preis der Unterhaltungskunst verliehen. Das Ganze wird gesponsert von der Kreissparkasse Saale Orla und es gibt insgesamt also sieben Preise im Wert von insgesamt 4.000 Euro. Das ist doch schon mal ein Grund, sich zu bewerben. Und außerdem, das finde ich viel wichtiger, man kann sich vor Live-Publikum zeigen, man kann sich mit anderen messen und man kann einfach mal schauen, wie gut komme ich wirklich bei einem Live-Publikum an. Ich möchte an dieser Stelle natürlich auch nicht vergessen, all denen zu danken, die die Talente-Show Herzklopfen kostenlos 2024 unterstützen. Da wären die Stadt Pösneck, das Veranstaltungsbüro Andreas Dornheim, die Kreissparkasse Saale Orla natürlich, der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pösneck Triptis MbH gilt auch mein Dankeschön und auch der Stadtmarketing Pösneck GmbH. Vielen, vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung. Ja, und jetzt brauchen wir noch tolle Beiträge und Menschen, die den Mut haben, sich zu bewerben. Dabei ist es völlig egal, ob jung oder alt. Auf jeden Fall seid ihr, sind Sie alle auf der Bühne in Pösneck herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt, ich darf die Show am 7. September wieder moderieren und ich freue mich auf vielfältige Beiträge. Bin gespannt, ob Sie, ob Du dabei bist. Alles, alles Liebe und ich freue mich auf den 7. September, wenn es heißt zum 66 Mal nach 66 Jahren Herzklopfen kostenlos live in Pösneck. Ich drücke die Daumen, also jetzt bewerben bis zum 30. Juni www.herzklopfen-kostenlos.de. Dort gibt es alle Infos. Danke schön und tschüss, eure Katharina Herz. Wir sehen uns.